Ich nehm jetzt mal kurz auf, weil das wie peckt ja echt, der hat sowas von ne Kill-Aura. Go! Oh Gott! Oh Gott! Mami, 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 Mami! Was bin ich jetzt? Waaah, 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 waaah! Aaaaaah! Hi, Juli! Sehr gut. Wir sind im Team erlaubt. Ich hab eine Tonaufnahme. Eisenschwert. Ich hab Eisenschwerte in der Tour. Da oben, da oben, da oben! Da oben, da oben. Da oben. Hey, bist du noch hochgekommen? Ach du Scheiße! Ach, der ist da oben. Ich glaub wir haben noch einen zweiten Hacker. Wer? Keine Ahnung, ich tu das auf jeden Fall. Immer als Paketen. Ist er XI Typie? Ist er egal. Komm ran an den Stand! Da ist er Igma. Bei mir, bei mir. Bei fort, lol. Oh Gott. Da, können wir mal sehen. Kann man mal sehen, wie der hackt. Der wird gemeldet. Enigma, du wirst das letzte Mal auf Gommel spielen. Hast du das verstanden? Den melden wir im Forum. Egal, ob Tonaufnahme oder nicht. Das ist ein Hacker. Ach ja, oh, oh. Ja, geil. Einfach One-Hit. Ach ja, hi, liebes Gommel-Team. Hi. So, jetzt schauen wir mal. Alter, schauen wir, wie schnell er läuft. Schauen wir mal sein nächstes Opfer an. Da unten. Oh, schau mal, Sven, äh, getrackt. Wahrscheinlich wieder Ten-Horn. Ja, er hat nicht mal eine Brustplatte an, oder? Schau mal, er hat nicht mal eine Brustplatte. Ist klar, läuft bei ihm. Er hat nicht mal eine Brustplatte an. Ja, das juckt ihn nicht. Schau mal, wie schnell er gerade seinen Bogen aufs... Ja, Anti-Slowdown. Wie schnell er einfach seinen Bogen auch aufspannt. Und er wird nicht langsamer. Ach, das ist der beste Minecraft-Spieler der Welt und er ist einfach der beste Hacker der Welt. Ach, jetzt hat er nur ne Kackbrustplatte an. Ui. Ja, ja. Das macht ihm ja nix. Ach, jetzt ist er wieder so schnell. Ja, er ist ja der Papoja. So, er ist ja der Hacker. Wo ist er denn? Ich bin... Ach, der, schau mal den anderen Typen an. Äh, nicht mal. LOL, er hat Anti-Knockback. Schau mal, wie er anti... LOL. Er zieht sich einfach um uns. Flyhack, Flyhack, Flyhack. Er hat ihn rasiert, ist klar. Ja, 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 ja. Ach, er hat schon wieder geliebt. Gut, okay, also das wählen wir im Forum. Das wählen wir im Forum. Ja. Gut, okay, also das wählen wir im Forum. Gut, okay, also das wählen wir im Forum. Gut, okay, also das wählen wir im Forum. Vielen Dank.